so hallo und willkommen zurück ja ich bin einfach direkt weiter gibt eh nicht viel zu sagen nur dass ich jetzt direkt den charakter wechseln werde und erkunden ja ich denke mal ich werde einiges brauchen weil ich will auch demnächst mal wieder die die zäune aufwerten und die schuhe wären vielleicht auch nicht schlecht damit ich einfach weiterkommen ein bisschen mehr zeug einsammeln kann so und einfach immer alles über den haufen schießen oder habe ich nicht aufgepasst so cool ganz kurz weg gucken und schon geht alles in die hose also nicht alles aber steht so wie vor dir was nicht so gut ist so ja ist denn da jetzt bald mal wieder was hier ja ich muss schon wieder zurück also sehr ertragreich war als nicht mehr ertragreich war es echt nicht ich habe keine munition mehr und das ist schlecht er schießt ihn, er schießt ihn Minipack für alle das sieht gerade echt nicht gut aus ohne Munition oh oh wow wow er schiess sie, er schießt sie krass das ist jetzt echt nicht so gut und es wird gleich schon wieder dunkel ojo jojo jetzt ist wieder Munition da wunderbar zwar nur 30 aber besser als nichts Noch 27 19 Und ja, das reicht Also das wäre auch überlebt Na dann auf Was soll denn das hier? Vor allem was soll das hier? Ich hatte doch hier Ein Geschützturm Also das ist jetzt echt Müll Dass der Geschützturm irgendwie verschwunden ist Naja, kann man wohl Wenig machen Außer neuen bauen Dann habe ich hier fast keine Munition mehr Ich bräuchte ja auch noch was, um Um die Zeugnis zu reparieren Ach komm, was soll's Ich muss einfach jetzt nochmal Neuen Schiff geschützt rumbauen So, hier hin Oh, Vögel Ganz ja interessant Ich hoffe, die Geschütztürme kommen klar Und die Deutsche drüben Auf der anderen Seite Das sind auch keine Medipacks mehr Das ist richtig schlecht So, hier auch direkt nachladen Ja, es sieht so aus Als würde sich die Rüstung auch immer verbessern Von den Leuten Ja, die können ruhig da oben rumfliegen Da tun sie ja nix Oh, ein großer Zwei große Nicht gut Gar nicht gut Und da sind sie drin Scheiße Die Schütztürme ist im Arsch Wunderbar Die Deutsche ist im Arsch Na super Hätte mir das mal jemand vorher sagen können Dass mein Geschütztürme weg ist Dann hätte ich fast Ja Zwei Wochen überlebt Wunderbar Nur leider nicht alle Ach, scheiße Zwei Geschütztürme verloren Das schmeißt mich echt ordentlich zurück Irgendwie Ich lade hier erstmal alles wieder nach Dann brauche ich Munition Aber ganz dringend Und dann schauen wir mal Hoffe ich mal Dass ich diesmal Einfach mehr finde Oh, das ist echt schlecht Zwei Geschütztürme draufgegangen Warum auch immer Also beim zweiten verstehe ich es Aber beim ersten nicht Und ein Gefährte weniger Ah, da hinten ist es schon wieder Wunderbar Dann ist es nur halb so schlimm Wunderschöne Wunderschöne Excuse me Eva Braun This is a chance I'll shoot you But if we don't work together We're gonna die I suppose you like my act Das ist schon nicht ganz so einfach Muss ich schon sagen Also mittlerweile ist echt schwer geworden Vor allem weil Einfach mal so Geschütztürme verschwinden Ist auch noch nicht schlecht Wir wären so Granaten oder so So ich gehe direkt wieder zurück Bringt ja Bringt ja auch nichts Minipacks habe ich gerade auch keine mehr Ah, verdammt Was sind jetzt die Deutsche schon wieder hin? Hallo? Ach, Müll Na egal, weiter geht's Hier wird schon wieder auftauchen Zum Not im nächsten Gebiet Also denke ich mal So Zurück im Black Forest Ja super Ey, was soll denn das? Jetzt ist sie schon wieder gestorben, weil ich nicht wusste, wo sie ist Ähm Ja Das ist gerade echt ein bisschen scheiße Aber naja, egal Müssen wir das Beste draus machen Ja hier, das geht natürlich wieder down Der Russe geht down Ich gehe auch gleich down Ah, genau Reingesprungen Ist ja ekelhaft Okay Das habe ich verkackt Ganz eindeutig Aber war auch irgendwo klar Wenn alles so plötzlich verschwindet Das nervt mich jetzt schon ein bisschen Naja, müssen wir neu laden Also dann auf Continue Ach, der hat ja schon wieder keine Munition mehr, ne? Ähm, ja Ach, du Scheiße So, ich hoffe, das reicht Ich hoffe, ich finde die Deutsche wieder so schnell wieder Also diese großen Zombies, die sind echt super nervig Super hart Ja, da ist sie wieder So, alles klar Ja, ich muss auch schon gleich wieder zurück Ich habe wirklich nicht viel gefunden Ah, da hinten gibt es noch was zum Auseinandernehmen Das ist ja mal herrlich Ist nicht die Welt, aber es hilft Ja, direkt zurück Letztes Mal war ich ein bisschen spät Oh ja, da stimmt vielleicht schon wieder der Nächste Das ist nicht gut Und die Sonne geht unter So Ist mindestens rechtzeitig wieder da Das ist ja schon mal was Ja Was brauche ich denn? Das kann ich mir eh nicht leisten Ach ja, das habe ich eh schon gekauft Dann kriegt die das direkt wieder Das ist gut, dass die Waffen bleiben Ein bisschen Munition Und ja, Healthpack Nehme ich mal zwei mit Und dann habe ich schon wieder So gut wie kein Geld mehr Was jetzt für Zäune reparieren drauf gehen wird Ich muss jetzt einfach hier in dem Zaun bleiben Weil der am wenigsten geschützt ist Und hoffen, dass die anderen Den anderen Zaun halten können Und da ist der Große Wunderbar Ja, hör mal ruhig Gut rein, Deutsche Ja, der haut das Ein schneller kaputt, was ich reparieren kann Das ist echt übel Ich muss jetzt doch mal auf der anderen Seite Nein Ach, nicht wirklich Alltags Ich weiß Ich sehe Ich sehe Ich sehe Vielen Dank.